Hi und willkommen bei Anadoc. Ich bin Roman, ein Anästhesist und ich möchte euch heute etwas erzählen zum Thema Dichtigkeit von Larynxmasken. Also, packen wir es an! Larynxmasken sind so super, man benutzt sie so häufig, seit den 80er Jahren, Archie Brain hat sie erfunden. Stecken wir sie rein, haben Spaß! Beatmung, ihr wisst schon, man muss dafür nicht großartig was können. Man macht den Mund auf des Patienten, nachdem er dann hoffentlich mal schläft und steckt die rein und in der Regel ist sie dann dicht und man kann damit beatmen. Sie ist ja auch eine Rückfallebene bei der schweren Intubation, sprich wenn ich nicht richtig intubiert bekomme und den Patienten vielleicht auch mit der Maske nicht richtig beatmet kriege, dann benutze ich die Larynxmaske. Eine Larynxmaske ist nichts anderes als eine, man sagt immer, verbesserte Maskenbeatmung, weil sie einfach mit ihrem Luftkissen oberhalb von Oesophagus und Trachea liegt und wenn ich oben Luft reinpuste, dann geht die Luft den Weg des geringsten Widerstandes und das ist in der Regel in die Luftröhre. Es ist natürlich auch möglich, dass ich den Magen beatme, deswegen sollte ich den Maximaldruck von 20 Millibar nicht überschreiten, aber das ist so gesetzt. Die meisten Patienten kann man tatsächlich auch mit diesen Larynxmasken beatmen, das sollte eigentlich immer unter 20 Millibar möglich sein. Ausnahmen sind sowas wie Kopftieflagen oder eben auch intraabdominelle Eingriffe oder auch laparoskopische Eingriffe, wo die Beatmungsdrücke in der Regel höher sind, weil man einfach einen Druck aus dem Bauch hat, der da zurückdrückt. Und wenn man einen zu hohen Beatmungsdruck aufbringen muss bei der Larynxmaskenbeatmung, dann wird diese Larynxmaske einfach undicht und hebt sich ab, wie bei so einem Luftkissenboot. Vom Aspirationsrisiko mal nicht zu reden. Tatsächlich, also man sagt in der Regel ja, eine Larynxmaske ist ja nichts anderes als eine Maskenbeatmung hinten im Rachen. Normalerweise würde man sagen, wenn man einen Eingriff hat, der aspirationsgefährdet ist, sollte man diese Larynxmaske nicht verwenden. Das betrifft halt nicht nüchterne Patienten, das betrifft deutlich übergewichtige Patienten mit Sodbrennen und so etwas oder eben auch tatsächlich laparoskopische Eingriffe, wo man einfach hohe Beatmungsdrücke verwenden muss. Es gibt tatsächlich Leute, die machen das trotzdem. Ja, auch mit einer relativ hohen, also Erfolgsrate. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da eine Studie gibt, die sagt, dass das auch sicher ist soweit. Ich persönlich würde es lieber eher nicht tun. Auch zum Beispiel in Bauchlagen. Es gibt so Kollegen, die sagen, ja gut, der Patient legt sich auf den Bauch. Ich gebe ihm da so sein Narkosemittel und wenn er schläft, stecke ich ihm die Larynxmaske so von der Seite in Bauchlage rein, weil man ja tatsächlich nichts dafür können muss, außer die Mundöffnung herbeizuführen. Allerdings ist das halt auch alles eher so ein, also ich habe das schon mal gesehen, das ist alles so ein Gestopfe und das ist jedenfalls nicht besonders elegant, auch wenn es irgendwie funktionieren sollte. Und die Frage ist halt wirklich auch immer nach der Sicherheit. Ich persönlich würde es in solchen Indikationen nicht machen. Nichtsdestotrotz ist eine Larynxmaske eine tolle Erfindung für Eingriffe, die halt eben diese ganzen Risikofaktoren nicht haben. Normalgewichtige Patienten, Patienten, die an irgendwelchen Extremitäten operiert werden oder so etwas, die einfach keinen Tubus brauchen, weil eine Intubation mit dem Edelstahl-Laryngoskop einfach schon traumatisch sein kann. Man sagt ja immer so, ich intubiere mal eben. Aber das kann ja auch manchmal völlig in die Hose gehen. Dass man natürlich trotzdem Probleme herbeiführen kann, weil man ja mit einem großen Gummiding da an den Zähnen vorbei muss, ist völlig klar. Allerdings man spart sich den Versuch da irgendwie rumzuhebeln. Na ja, sollte man ja sowieso nicht tun. Aber das ist halt etwas schon, da nehme ich an als Intubation. Warum ich dieses Video aber mache, ist jetzt folgendes. Wir haben da einen Kaff drumherum, der abdichtet und dieser Kaff, der passt sich auch an die Anatomie des Rachens an, sodass halt eben wirklich die Luft auch dahin geht, wo sie hingehört. Larynxmasken sind halt ab und zu mal undicht. Ja, okay. Aber meistens passen sie sich ganz gut an die Anatomie an. Das funktioniert aber nur, wenn dieses Luftkissen auch so ein bisschen elastisch ist. Ja, und ja, zum Beispiel die Ambu-Masken, die sind in der Regel vorgeblockt mit einem gewissen Luftvolumen und das passt meistens. Wenn man das nämlich einführt und dann einen Kaffdruck misst, dann liegt der in der Regel so um die 60 Millibar oder Zentimeter. Ich glaube, das ist Zentimeter H2O tatsächlich auf dem Kaffdruckmesser. Die beiden Einheiten unterscheiden sich so um Nachkommastellen. Ist fast dasselbe, aber nicht dasselbe. Auf jeden Fall ist es so, man sollte auch bei Larynxmasken den Kaffdruck messen mit einem üblichen, handelsüblichen Kaffdruckmesser. Ähnlich wie bei einem Tubus auch, weil eine Larynxmaske natürlich auch ein Fremdkörper ist. Auch die Larynxmaske kann auf die Weichteile natürlich drücken und dort auch Schäden verursachen und deswegen sollte man es messen. Und wenn eine Larynxmaske undicht ist, dann hilft es nicht, den Kaffdruck weiter zu erhöhen. Man hat immer so das Gefühl, also man ist ja vom Tubus gewohnt, naja, wenn ich mehr Volumen in diesen Kaffdruck gebe oder mehr Druck, dann wird der dichter. Aber wenn man sich jetzt die Anatomie vorstellt, ja, ich meine, der Endotrachealtubus ist in der Röhre, ja, und nach außen hin drückt dieser Kaff und dann wird es natürlich dichter, ja, auch wenn es nicht so schön ist für die Schleimhäute, aber es wird dichter. Bei der Larynxmaske ist das aber anders. Die liegt einfach oben drüber und wenn da der Kaffdruck fetter wird, ja, dann wird der Kaff steifer und passt sich nicht mehr so gut der Anatomie an. Das heißt, es wird bei einem höheren Kaffdruck sogar schlechter mit der Dichtigkeit. Deshalb sollte man eher versuchen, den Kopf anders zu drehen. Manchmal hilft es zum Beispiel, das Kopfkissen rauszunehmen und den Kopf ein bisschen so in den Nacken zu legen oder ein bisschen zur Seite zu drehen oder vielleicht auch einen gewissen Grad an Undichtigkeit einfach zu tolerieren bei der Larynxmaske. Ist ja nicht schlimm, wenn was daneben läuft, ja. Hauptsache der Patient kriegt genug Luft insgesamt, ja, das kann man ja messen, aber mehr Kaffdruck bringt nichts. Ich sag das so, ich habe mal in einem Krankenhaus gearbeitet, da wurde der Aufdruck mit, also es gibt einen Aufdruck auf der Verpackung für diese Larynxmasken, da steht dann also größenadaptiert drauf, sowas wie sinngemäß, kleiner gleich 25 Milliliter. Kleiner gleich, nicht gleich, okay. Nicht jede Larynxmaske braucht genau dieses Füllvolumen, sondern sie braucht das Volumen, damit sie dicht ist, ja. Und mehr und weniger braucht sie nicht, ja. Ich sag das so, ich hab schon mal, ich hab dann den Kaffdruck gemessen regelmäßig und wenn man dann den Kaffdruckmesser anmacht und die Nadel macht einmal und fliegt jenseits der Skala, dann kann man sich schon fest vorstellen, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und wenn man dann noch eine 20 Milliliter Spritze dran steckt und der Stempel macht, dann kann man sich vorstellen, dass dieser Druck vielleicht ein bisschen hoch ist und tatsächlich einfach nichts bringt, ja. Im Gegenteil, erhöht die Komplikationsraten, ja. Aber dichter wird's dadurch nicht und man muss das schon mal gar nicht machen. Es gibt zum Beispiel, ich glaube es ist im Striebel oder so steht das, dass man milliliterweise halt eben da das Volumen rein spritzen soll, also dass der Kaff sich langsam entfaltet, bis das Atemgeräusch und dieses Undichtigkeitsgeräusch verschwunden ist, ne. Das ist der Weg, ja. Wir machen das adaptiert an die Anatomie des Patienten und nicht stumpf 25 Milliliter, jeder kriegt das, ne. Weil das macht halt echt Probleme, ja. Auch wenn wir jetzt an sowas wie den Lagerungstubus denken oder so. Da gibt's ja Geschichten mit Abflussstörungen am Zungengrund, ja. Wenn da irgendwas Fettes hinten am Zungengrund abdrückt, dann kann die Zunge anschwellen bis vor die Zähne, ja. Oder irgendwelche Schleimhautblutungen verursachen. Und dann zu intubieren, viel Spaß, ja. Eine Geschichte zum Schluss. Ich habe mal so eine Patientin gehabt in meiner Anfangszeit, also das erste Weiterbildungsjahr oder so, ja. So einen Patienten, da habe ich eine Lagerungsmaske gelegt und die Beatmung, die ging so, die ging so, ne. Da ging so Luft rein, aber es war nicht besonders toll, ja. Und da habe ich einen Oberarzt angerufen und habe gesagt, was soll ich denn da machen? Hat er gesagt, geht in Luft rein? Ich so, ja. Ja, lass mal drin, ne. Und dann wurde das aber irgendwie immer schlechter mit der Luft, ne. Und irgendwann ging gar nichts mehr rein. Und dann habe ich sie halt rausgezogen und wollte intubieren. Das Problem war, diese Lagerungsmaske war dummerweise hinten nicht um die letzte Biegung im Rachen durchgekommen, ja. Deswegen war die Beatmung auch so schlecht. Und da hatte die halt eben abgedrückt. Die Zunge war geschwollen. Es war alles voller Speichelschleim, auch so ein bisschen blutig den Giert. Es war scheiße, das zu intubieren, ja. Ähm. Also, keinen hohen Kopfdruck. Und, äh, man sollte natürlich auch, äh, wie sagt man, ähm, man sollte Verdacht schöpfen, wenn irgendwie, ähm, ähm, die Beatmung schlecht geht mit der Lagerungsmaske, dann sollte man vielleicht doch früher, lieber früher als spät, äh, wechseln, ja. Zum Thema Lagerungsmasken habe ich auch ein paar Beiträge schon gemacht auf meinem Blog. Zum einen zum Kopfdruck. Da gibt es auch eine schöne Grafik, ähm, wegen der Dichtigkeit versus Druck im Kopf. Und eine andere Geschichte war, glaube ich, mal ein, ein Laryngospasmus unter der liegenden Lagerungsmaske. Das war auch nicht so richtig, äh, lustig. Ähm. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das ja angucken. Auch nochmal. Ich freue mich über Kommentare und Bewertungen und so weiter. Und, äh, bin gern mit euch in Kontakt. Tschö und viel Spaß nach.